Hähnchen-Gulasch mit Champignons und der schnellsten Senfsoße der Welt. Frische Champignons schneiden, dann ein bisschen Knoblauch, ein paar Zwiebelchen oder Schalotten, Bordernotten. Und natürlich Hähnchenbrustfilet. Schönes, frisches Hähnchenbrustfilet. Und das auch in Würfel schneiden. Mal nicht Schnetzeln, sondern in schöne, gleichmäßig große, leckere Würfel schneiden. So, das Fleisch kommt in die Pfanne, ein bisschen Öl. Dann wird das Ganze gewürzt, mit ein bisschen Salz kräftig anbraten. Wenn das Ganze so ein bisschen Farbe hat, dann kommt der Rest dazu. Zwiebel, Knoblauch und leckere Champignons, meine Lieben. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Wenn das Ganze schön angebraten ist, so ein bisschen Farbe hat, dann kommen zwei Senfsorten dazu. Idealerweise so ein grober Bratensenf, so ein Rottisörsenf und so ein richtig scharfer Senf. Die beiden Komponenten kommen rein und werden jetzt in der heißen Pfanne mit den restlichen Zutaten so ein bisschen angeschwitzt. So, das ist der Ansatz. Und zu dem Ansatz. Ein Schlückchen Rotwein. Schau mal, den Ansatz, den brauchen wir. Die Farbe brauchen wir. Einmal kräftig kochen. Ein schönes Schlückchen. Beste Sahne dazu. Jetzt einkochen lassen. Dann vielleicht noch ein bisschen was Grünes. Frischem Basilikum. Oder Blattpetersseele, was man eben gerade hat. Ritze Ratze. Einmal schön in Scheiben. Dann für die Cremigkeit der Soße noch kleine Stücke Butter rein. Frischem Basilikum. Und fertig ist das schnellste Hähnchen-Gulasch der Welt. Vorgewärmter Teller. Und los geht's. So. Eben drauf. Ein bisschen Liebe. Beilage. Ja, nein. Stücke Baguette dazu und alle sind happy. Guten Appetit. Hälte sind Spitz-Rezepte. Er operational. Das ist prima. Guck. Aber es ist nicht Kurt. Aber man sieht� common her. Lange und immer das Modell? Be así. Herr ist alimentari.